Untertitelung des ZDF, 2020 Die Königin! Um dies zu verwirklichen, müssen wir uns der größten Herausforderung dieses Landes stellen. Dem Frieden. Habt ihr mich wirklich vermisst? Ich sagte der Comtesse Paré, ihr seid der Mann, der mir am teuersten wäre. Du bist die Königin, eine Nation von schmutzigen, primitiven Bären. Wer würde dich wollen? Ihr wäret frei und könntet tun, was ihr wollt. Im öffentlichen Leben und im privaten. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser Schicksal selbst bestimmen. Aber ich bin frei, euer Majestät. Die ich habe kein Königreich zu regieren. Lange lebe, Christina! Ich werde den Tag verfluchen, an welchem ich heute meine Tochter nannte. Ich habe kein Königreich zu regieren. Ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Vielen Dank.